Hey, da ist jemand. Da ist jemand. Wer ist da mit der Taschenlampe? Wer rennt da auf der Stelle rum? Äh, das kann ich dir klären. Deine Mom? Nein. Oh, dann ist gut. Oh, der Wolf ist hinter euch. Mein Gott, der Wolf hatte irgendwie noch keinen Bock auf mich. Der war also noch gar nicht bei mir. Der portet sich ganze Zeit neben der stillen Figur. Also, ihr rennt schon die ganze Zeit rum, oder? Ja. Ja, der rennt ein bisschen, der portet sich ein bisschen. So ein Hippie halt. Nein, ich meine, ich bin jetzt gerade, wo wir gespawnt sind. Und der portet sich ganz halt nur neben Doktor rum. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin? Nein, ich meine, ihr zwei rennt an eurer Spawnstelle einfach so rum. Ihr seid da als werte Dummies. Ohne Schmarrn. Also, ich kann dich hinwenden. Ah, er schreit mich an! Er ist der Köder.